Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Wir sind mit Jasmin beim Shotgun-Messier. Mit dem wollen wir heute stürmen. Aber erstmal muss Jasmin die ganze Nachbarschaft hier anlocken, damit wir da uns... Du hast als erstes geschossen. Ich hatte meinen Knüppel. Ich auch. Nee, du hast dann geschossen. Jasmin, ich hab einen Knüppel. Ja, jetzt vielleicht. Ähm, wollen wir reingehen? Ja, ne? Eigentlich nicht so, ne. Ja, ne? Nee. Bist du dabei? Nein, eigentlich nicht. Ja, also die... Hier draußen ist doch voll viel los noch hier. Der lebt immer noch. Ich muss dich leider enttäuschen. Die Tatsache ist halt, du bist dabei. Bist du dabei? Muss ich ja. Yes. Ja, was jetzt? Muss ich ja... Oh, Schiebetüren. Ich ahne Böses. Hightech. Guck mal hier, Bücherregale. Ich hab jetzt eigentlich damit gerechnet, dass hier hinter ein Zombie gleich liegt. Äh, Perfect Heiß. Alter. Hier bestimmt. Ernte Stahlwerkzeuge. Wow. Hast du Krach gemacht? Äh, ich fühl nichts. Äh, du stehst voll in mir drinnen. Ja, ich hab wegen deiner Hohlbirne nix gesehen. Ich konnte durch deinen Helm gucken. Ja, ich hab auch grad durch deinen Helm geguckt. Oh, oh. Das hört sich an, als wären wir hier nicht alleine. Etwas mehr konnte Noros Jasmin. So, ich bin safe. Äh, wollen wir... Ich bleib hier oben, ne? Machst du das alleine? Ich bleib hier oben stehen. Easy, easy. Kein Problem. Wollen wir erstmal, ähm, statt zu looten, erstmal durchlaufen zum Hauptloot? Sonst sind wir voll, bevor wir da angekommen sind. Mhm. Das war vielleicht nur so Munition mitnehmen, wenn wir es sehen. Und den Rest lassen wir erstmal drinnen. Mhm. Mach doch. Würde ich nämlich auch sagen. Äh, du auch? Fragezeichen? Wo ist denn der Hauptloot? Äh, oben auf dem Dach. Boah, weißt du was? War in der letzten Staffel so, dass der beim Shotgun... Aber ich weiß nicht mehr, wie man da hochkommt. Ach, du bist noch heller, ey. Wir müssen erstmal einen Weg finden. Oh, Jasmin, hier ist zufällig offen. Mhm. Oh, hier ist die Rezeption. Äh, ich hab das Gefühl, wir kommen hier nicht weiter. Brauchen wir einen anderen Weg. Boah. Vielleicht doch außen... Ich weiß schon wieder nicht, wo er ist, ey. Vielleicht doch außen... Ich guck nur nach dem Weg, keine Angst. Ich bin immer noch hier. So. Du musst keine Angst haben, Jasmin. Ich beschütze dich. Ach, hier. Irgendwo da hinten. Nee, hier, 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 äh, draußen. In dem, äh, Pausenraum. Bücher. Meine Bücher. Hast du das aufgemacht? Nein. Nein. Okay. Da kommt ein grüner hinten. Ja. Wer hat denn nochmal diese scheiß Idee, hierher zu kommen? Au, 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 au. Oh mein Gott. Äh, da habe ich keine Munition mehr, ey. Da kommt noch irgendwo ein Weib. Ja, nee, das hier draußen. Oder? Ähm, ja, also ich habe jetzt noch 32 Schuss. Ja, voll. Wir sollten uns vielleicht doch hochbauen oder lautlos vorkämpfen. Hier ist eine Küste. Gammelfleisch. Genau. Hat sich doch gelohnt. Ich habe Durst. Ja, die ist draußen. Ach, die treffe ich gar nicht von hier. Nee, nee, das ist, äh, kugelsicheres Glas. Ich habe hier nochmal... Was war das? Warum machst du das auf? Ja, ich brauche ein bisschen Frischluft. Ich wollte nur ein bisschen lüften. Ich habe ihn zweimal nicht getroffen. Okay, vielleicht bauen wir uns doch hoch. Also es... Ich habe vier Pfeile und immer noch 32 Schuss. Aber wo geht man hier hoch überhaupt? Ich bin hier durch. Hier geht wahrscheinlich nicht auf. Hier könnte man sich hochbauen. Hier. 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 Ja, müssen wir uns doch nach oben bauen. Ich bin nur einmal hier in dem LKW. 7-6-2-er bitte, 7-6-2-er. Scheiße. Da ist die alte drinnen. Jetzt nicht mehr. Der fehlt ein Kopf. Hm. Ja, alte Glatt hier im Kopf verloren, Jasmin. Hm. Wir müssen hier noch eine Leiter oder eine Treppe finden nach oben. Kannst du nicht das Ding hier runterholen? Den Gabelstapler? Nein. Die Platte da oben. Kannst du hier nicht irgendeinen Knopf drücken? Ja, ich bin hier. Nein, ich... Och Gott, ey. Jetzt einen Weg suchen, wa? Also hier kommen wir nicht hoch. Da habe ich hier eine Leiter übersehen? Nee, ne? So, hier in dem Office waren wir drin. Hier geht aber auch nichts hoch. Hm. Vielleicht von außen? Ich sage mal, hier ist ja... Aber den kannst du nicht drücken. Ja, ich denke mal schon, dass du irgendwie von außen hochgehen musst. Das dauert aber ewig hier. Denn hier kann ich auch nichts drücken, ne? Ich gucke mal eben, ob ich einen Weg finde. Ich gehe einmal außen rum. Da raus, da rüber, da rein, oder was? Jetzt bin ich gleich wieder vorne im Haupteingang. Die Fenster sind auch alle zu hier. Also über die andere Seite? Da kamen wir nicht weiter. Da ist verschlossen. Hier sind halt auch so ein paar Geländer außen dran, ne? Oh, hallo Jasmin. Na? Na, wie ist es? Oh, kommen wir hier vielleicht von... Von dem, äh, Container? Mensch. Über den orangenen... Ja, wenn wir da auch rauf und dann oben rauf. Nee, glaube ich nicht. Nee. Du hast ja hier drinnen auch nichts abgebaut, ne? Irgendwie so an Kisten oder so? Nein. Die hat 30.000, ey. Das ist too much. Ja? Ja, diese Gittertür nach unten. Ja, ja. Am Kabel hochklettern? Nee. Hab ich auch schon versucht. Hast du eine Lampe abgebaut? Ja, weil ich da hoch wollte. Ah, okay. Dann gehen wir hier durch. Oh, ach da. Ja, hab ich auch schon noch versucht, ey. Äh, muss einmal reparieren. Okay. Den Knopf kann man drücken. Mach doch noch mal ein bisschen Krach jetzt, wo du weißt, dass ich keine Munition habe. Hab ich doch reich doch, oder? Okay. Du bist immer richtig schlecht vorbereitet, ey. Ja. Immer. Ich hätte auch nicht gedacht, dass wir so viel Munition brauchen. Wie viel hast du denn mit? Ich statte mich immer gut aus. Okay. Ja. Wie viel hast du noch? Hier ist die Treppe. Ah, nee, doch nicht. Das Vöderband. Ja. Okay. Äh, hier steht so ein Grüner, der mega viel abkann. Wo denn? Wo ist er denn schon wieder? Bring ihn mal hierher. Komm hier hoch. Und dann... Äh, ja, alles klar. Ich, äh, ruf ihn mal. Ey. Josef. So, er kommt. Ich versuch mal hinter dir zu kommen. Ja, danke. Meine Pfeile sind weg. Und wo kommt der jetzt? Ähm, hier kommen welche. Aber das sind alles Normale. Ne, das war schon der Krasse eben. Denkt der kann voll viel ab? Ja, kann der eigentlich auch. Hab ich gesehen. Das ist der, der mich in der, äh, in dem Baumarkt so vermöbelt hat. Boah, Jasmin, ich mach das mit mir. Ich berühr dich nicht mal richtig mit dem Stock. Und die fallen vor mir um. Keine Munition. Nirgendwo. Ich denke, das ist ein Shotgun-Laden hier. Okay, aber hier auf der Seite kommen wir auch nicht hoch, ne? Ne. Das ist ja eine scheiß Bude hier. Hm. Vielleicht doch einfach außen hoch bauen. Das ist, glaube ich, das Einfachste, ne? Okay, hier ist noch eine Tür. Wenn du zurückkommst. Äh, hier wäre auch noch ein Fahrstuhl. Aber der ist oben. Der ist oben. Die ist verschlossen. Dann gehen wir. Rote Augen, halt. Ohne Tür. Ich hab den richtig einen auf bis zwölf gegeben. Da kommt ein grüner. Ja, du den grün. Du den grün. Okay. Brauch, brauch Ausdauer. Okay, warte. Warte. Also, okay. Munition hab ich jetzt aber auch nicht mehr. Ja, eben drum. Äh, deswegen solltest du kurz warten. Die Nummer 1 Zombies mit nem Knüppel. Oh, keine Ausdauer. Immer noch einen. Er zuckt hier noch. Ja, warte. Hier kommt noch ein normaler. Okay. Ah, es wäre jetzt schon geil, wenn wir hier den, äh, Weg nach oben zumindest finden würden. Oder mal Munition. Das wäre auch schon nice. Hm. Okay, ich mach den Lockvogel. Chip, 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 chip. Hm. Oha, hier sind voll viele Kisten. Äh. Ah, scheiße. Nein, ne? Ach, die Türen. Ich komm zurück. Wo sind die denn? Äh, komm da. Ein grüner da bei uns, ein krasser. Heiße. Okay, es sind ein paar mehr Grüner. Ja, das ist, äh, ein kleines Problemchen, weil... Ich komm hier nicht weg. Scheiße. Kann ich nicht eilen? Kann ich nicht eilen? Herrlich, wie ich hier sterbe und die mit mir mitlocke. Jasmin, jetzt tu doch was. Ich kann, ich kann auch nicht, ich hab... Ich muss hier... Ja, geil. Ich fand das unfair, dass der ohne Munition verfolgt wird. Also, ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich tot. Ja, ich, äh, bin gleich bei dir, wenn ich dich finde. Da. Wozu schlägst du dich wacker? Ja, ich muss eigentlich mein Maschinengewehr mal nachladen, aber, äh, heile machen. Ich bin ja schon unterwegs. Ich weiß nicht, wo die hingehen. Anscheinend gehen die weg. Das ist schon wieder zu mir. Ey, du kriegst die Tür nicht zu. Ja, die hauen sich raus. Scheiße, jetzt nicht mehr. Ich glaub, die sehen mich nicht, wenn ich hier oben stehe. Ja, ich versuch die ein bisschen abzulenken. Ey, die kommen raus. Ja. Uh. Scheiße, ich muss mich mal verbinden hier. Die müssten alle hier direkt vor mir sein. Ey, die versuchen gerade alle rauszukommen. Ach, da ist er. Ja, ja, die versuchen rauszukommen. Okay. Ich hoffe, ich hoffe, die kriegen das. Ja, die sind jetzt draußen. Einige davon. Ja, 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 sind bei mir. Ich trau mich hier gar nicht weg, ey. Die kommen wieder rein? Nein. Hier, ist das dein Rucksack, Jun? Ja, ja, ich, äh. Scheiße. Ich hab halt nur gar nichts zum Schießen. Ich hab auch nicht mehr viel. Einer würde noch gehen. Ich guck mal, ob ich den einzelnen kriege. Oh. So, der Rocker ist schon mal weg. Ja, warte. Ich lock mir die jetzt einzeln nach vorne. Okay, warte, 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 warte. Ich muss rückwärts. Oh, oh. Komm schon. Ausdauer. Ausdauer. Also, eigentlich dachte ich, ich hätte genug mit. Ähm. Alter Schwede. Warte, ich komm mit richtig in den Spitzen. Bleib mir nicht tot. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ich bin schon infiziert. Ich bin... Ich hab Antibürkka. Und Honig. Warte, ich versuch die wieder wegzulocken. So. Ich hab jetzt hier den grünen und den krassen. Leben noch? Wow, ich hab nur noch sieben Munition, Alter. Ich hatte richtig viel. Oh. Ja, was? Nee. Was ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt noch hier? Ich weiß es nicht. Aber ich fand das dezent unfair, dass der, der keine Munition hatte, von der Meute verfolgt wurde. Heiße, Hilfe! Ja. So, das kriegst du jetzt, du Blödmann. Ich glaub, ich spinne. Alter, wer wollte denn auch mal hierher? Ja, wir bauen uns gleich außen hoch, würde ich sagen. Und ich hab... Ja, genau. Da sollen doch nicht mehr... Oh, jetzt hast du eine Schreierin. Was? Danke. Das war eben so... Und war da Munition dann vorbei? Nö. Warum hast du den hier oben nicht genommen? Ich dachte, du bist dran. Nee, wo bist du denn? Hier gegenüber. Hier ist Munition. Hoffe ich. Doch, eine Schreierin, sag ich doch. Scheiße. Keine Munition. Ja, geil. Jetzt sind wir am Arsch. Ein bisschen Munition? Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Ja. Ist das der Ausgang hier vorne? Äh. Du meinst, ob man da rauskäme? Nee, das ist der Schießstand. Scheiße, ich will hier raus. Ja. Können wir nicht erstmal wieder nach Hause Munition holen? Ja. Ich würde auch sagen, entweder hochbauen oder... Äh, wo bist du denn? ...Munition holen. Am Schießstand, wie du warst. Äh, lass uns weg. Sie hat geschrien. Okay. Ja, scheiße. Wo willst du hin? Ja, komm. Ja, ich habe keine Munition mehr. Wo willst du hin? Ich habe 16 Schuss. Ja, ich habe... Toll. Wow. Da kommen wir richtig weit mit. Kommt man hier nicht raus? Nee, da ist ja die Schreierin. Ah, nee, die ist ja drin. Guck mal. Da. Tschüss. Da kommt ein Grüner. Ich wollte auf mein Fahrrad. Ich treffe mich. Okay, ich habe sie jetzt bei mir. Ich werde sterben. Ja, ich bin raus. Ja. Herzlichen Dank. Alles auf mich. Mal wieder. Ja, warum läufst du denn nicht aus dem Raus? Ich habe sie von dir weggelockt. Ja, ich lock doch eine schon hierher. Guck mal, eine kommt doch schon. Ich kann mich gerade nicht heilen. Wow. Du hast die normale. Nee, ich bring was Grünes mit. Nein. Oh Gott, habe ich mich erschraubt. Hast du mich oben gehört, Babbel? Ich bin weg. Ja, ist nachvollziehbar. Ich schwitze. Ich auch. Ich bin richtig durchgehöhlt. Ich bin voll am glänzen. Ich will nach Hause. Sind die da noch alle? Äh, ja. Nee, ich... Fahr doch mit dem Fahrrad. Ich komme jetzt nicht zu meinem Fahrrad. Warum? Weil es ist ein Grüner. Läufst du gerade? Äh, ja. Wo denn? Über die Wiese an denen vorbei im großen Bogen. Nimm doch dein Fahrrad jetzt, oder nicht? Äh, nee, das geht nicht. Da sind zwei... Da sind zwei, drei Grüne und Rot auch... Äh, Rotaugenrocker. Läufst du, oder was? Nee, ich... Wieso kommen die denn jetzt alle hierher? Hä, wo bist du? Ich sehe dich nicht mal. Ich war hier schon lang, aber ich sehe dich nicht. Hä? Siehst du eine Dame, die über die Straße läuft? Wisse? Ich bin in ein Loch gefahren. Ich komme jetzt an meine Tasche nicht ran. Das ist ja... Das ist aber... Was sehe ich? Eine Dame? Ich sehe hier gar nichts. Hier hinten auf der Wiese bin ich. Boah, ich wollte doch einfach nur raus und nach Hause. Und dann wollte ich die von dir weglocken. Ja, komm doch hierher. Ja, warte. Ich warte, dass die von meinem Rucksack weggehen. Weiß, die ganze Munition verballert, ey. Die wir hätten für den Blutmund gebraucht. Aber Herr Willis wollte ja wieder da rein, ey. Ja. Ich... Ja. Hm. Was soll ich dazu noch sagen? Schön dumm, ey. Ja, irgendwie ist das wirklich dumm gewesen. Komm, Blutmund wieder. Kann man nicht anders sagen. Tradition. Dumm aus... Dumm aus Gewohnheit. Oder dumm aus Tradition. Dumm, weil du dumm bist. Ja. Ja, ich wollte ja mit dir jetzt weg. Ich habe ja eingesehen gehabt, dass das eine Nummer zu hoch ist. Für das bisschen Munition, was wir hatten. Ja. Aber hier sind halt auch nur Grüne dabei, ne? Also ich stehe jetzt hier noch. Ich fahre sonst gleich. Ja, die sind immer noch alle an meinem Rucksack. Ich kann ja mal gucken. Mein Fahrrad ist... Mein Fahrrad. Habe ich das im Rucksack? Habe ich das eingesteckt? Na, das ist hoch, ey. Ja. Ich bin so schlau. Ach. Komm. Hör auf. Du kriegst die Tür nicht zu. Hä? Böse tot? Höchstwahrscheinlich. 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 Okay. Weil? Ich sehe dich nicht. Ja, hier ist eine Schreierin gleich um die Ecke. Ich brauche mal... Hier waren doch eben Nester, ne? Vielleicht kann ich die ja einzeln... Ah, da! ...einzeln anschießen. Ey, lauf doch einfach nach Hause. Da ist doch keiner mehr. Da sind doch meine ganzen Sachen in der Tasche. Wo ist der Rucksack? Äh, da. Bei der Zombie-Mäute. Da drüben. Da, wo der Straßenrave abgeht. Und der ist hoch? Toll, ich kann einen Pfeil machen. Wow. Ich bin ja... Wo sind die denn? Ich sehe hier gar nichts. Ach, da. Mein Bogen ist auch im Ruck. Wie rufe ich nochmal? Mit, äh, C. Ne. Da springe ich. Äh, mit X. Ja, wenn du Vollausdauer hast, kannst du ja mal bei denen in der Nähe vorbeifahren. Obwohl, die kommen. Das funktioniert. Okay, ich schleiche mich jetzt hier über das, äh, Barmer-Grundstück. Scheiße, sie kommt zurück zu mir. Sie kommt wieder zu meinem Rucksack. Das kann nicht sein. Steine. Kommen die jetzt zu mir? Ne. Hä? Sind die irgendwie doof? Kann ich die ablenken, indem ich einen Stein schmeiße? Äh. Einer hat mich mitbekommen, aber das ist, äh, kein Schlimmer. Ich mach' den erst mal weg hier. Ey, so ist das kacke, weil ich nicht zurückgucken kann. Ohne zurückzufahren, ne? Scheiße. Äh, jetzt ist hier ein grüner in der Nähe. Oh Gott, du lebst ja noch. Oh Gott. Okay, ich hab' jetzt hier nur noch ein grün, soweit wie ich sehen kann. Mach' rinne, es wird gleich nacht. Ja, 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 ja. Ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich kann jetzt mein Fahrrad nicht nehmen. Oh, nein. Au! Ja klar, natürlich bist du grün. Ach komm, leck mich doch. Ja, genau, sie kommt wieder hinterher. Ich kotze. Uuuh! Das kann doch nicht wahr sein! Ich will hier weg. Wieso kommen die denn nicht zu mir? Oh mein Gott. Hast du geschafft? Ja. Ich will erst mal ein Fahrrad auswählen. Hab' ich noch Verbände? Nee, ne? Natürlich nicht. Ich bin infiziert auch. Ja, ich hab' Honig und Antibiotika haben wir auch. Ja, Honig ist geil. Honig würde schon reichen. Hab' ich, aber du musst erst mal hier in Sicherheit kommen. Ja. Erst mal nach Hause. Okay, ich komm' jetzt erst mal in deine Richtung. Ja, ich fahr' jetzt nach Hause. Das ist mir zu risky, ey, ey. Na, hier ist ja nix mehr. Ja, ja. Ist mir Wurst. Ich fahr' jetzt nach Hause. Äh, das ist mir voll, Hans Wurst, ey, ey. Ey, das ist so kacka, ey. Die sind so... Krass. Ja. Ey, du brauchst ja die Munition, die wir für den Blutmond sammeln. Die brauchst du ja schon an Masse, um, äh... Ja, deswegen will ich ja so viel wie möglich machen. Ja, ich, ich mein' die Munition, die Masse an Munition für den Blutmond ist die gleiche Menge, die du ja schon unterwegs brauchst, wenn du irgendwas Großes looten willst. Ich weiß auch nicht, wie man immer auf die dumme Idee kommt, vor den Blutmond zu looten, ey. Ne, weiß ich auch nicht. Das ist auch richtig dumm. Hm. Kann das auch nicht nachvollziehen. Okay, ich werde, ich werde das ab jetzt unterlassen. Machst du eh nicht, hast du letztes Mal schon gesagt. Mm-mm. Weh, oh Gott, hab ich mir erschrocken. Weh. Nee, ich werde... Ja, da kam ein Baum und dahinter war ein, äh... Äh, nee. Ein Alien. Zombie. Als ob die Apokalypse nicht schlimm genug ist. Jetzt werden wir noch vom Mars, äh, angegriffen. Nee, ich werde ab jetzt ein bisschen verantwortungsvoller spielen, glaube ich. Ich glaube, das will kein Mensch sehen, wenn ich so abnabbel. Bestimmt schon, aber, äh, der Blutmond, äh... Meinst du, da ist so ein bisschen Misskunst immer mit bei, so? Ja. Ah, ihr seid so doof. Das packt ihr nie. Mm-mm. Ja. Ich hab's euch doch gesagt. Ja. Da fällst du das Kommentar, weißt du, so von der... In der letzten Folge so ein Kommentar drunter, so, mm, das packt ihr nie. Denn die heutige Folge, mm, ich hab's ja gleich gesagt. Aber so richtig von oben nach unten. Von oben. Von oben nach unten. Ah, nee. Rückwärts. Fahr. Verpiss ich. Lauf. Spring. Geh weg. Lass mich hier in Ruhe. Die sind an unserer Basis. Die machen alle Schrott. Oh nein, viele? Ja, die Schreierinnen. Mann. Ah, kacke, ich hab keine Autos, ich hab nix. Grüner auch? Weiß ich doch nicht. Wer soll ich das wissen? Ich bin abgehauen. Ach so, okay. Scheiße, wie mach... Was mach ich denn jetzt? Bekämpf sie. Ja, wie denn? Mach du sie verantwortungsvoll platt, damit ich verantwortungsvoll spielen kann und nach Hause komme. Sind die an deiner oder meiner Basis? Ja, an meiner. Okay. So ne Missscheiße. Missscheiße. Ja, du musst mir jetzt helfen. Ich muss da rein. Ja, die schreit. Schön. Geil. Nice. Die hat doch noch gar nicht geschrien. Die sieht uns nicht mal. Die hat eben geschrien. Ja. Ja. Einmal nach oben. Ich hol dir einmal Munition und dann mach ich dir die Bahn frei da. Weg. Weg. Oh Gott, ich schwitze. Wo ist die Olle? Komm her, du Blödi. Ich geh nach vorne hier zu deiner Treppe. Ja, ich wollte erstmal die Schreierin killen. Da ist ja noch einer. Ja, die andere hab ich. Ja, warte mal. Ich hol mir mal Munition, ey. Uh. Da werden wir aber Munition basteln müssen, du. Alter, die Pistole tut den Grünen ja gar nix. Nee. 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 Ah, ha. Okay. Okay. Ach, wir brauchen die Anti-Strahlenmord in den Waffen, bei den Grünen. Weil die sonst regenerieren. Stimmt, da war ja was. Äh, davon hab ich, glaub ich, noch eine, ne? Äh, zwei Stück. Willst du auch eine haben? Ake, Mann. Die ganze Munition, wo bist du denn? Oh, will die mich ver- kackeiern, ja. Ja. Oh, will die mich ver- kackeiern. Oh, Müll. Wulsch die. Okay. Du schreist nicht nochmal. Äh, Strahlenmord. Da. Oh. So viel Munition verballert jetzt, ey. für ein Ausritt. Ausritt. Ja, das war ja... Äh, schon gut hier an... Dings. Ja, das Schießpulver müsste, glaub ich, schon fertig sein, ne? Fast. Äh, was hab ich denn jetzt hier noch? Eier, Federn, Gammelfleisch, Samen, das ist auch die Munition. Ähm, die Eisenpfeile, die haben wir auch noch gesammelt, ne? Ja, ja. Dann haben wir das voll. Ähm, Federn, das kommt drüben mit rein, das ist unten im Keller, können wir eigentlich auch verscherbeln. so. Ach ja. ich gebe dir die schuld warum die idee war gut die umsetzung war schlecht wir können doch willst du denn mal was kommst du denn da jetzt wasser und jetzt noch mal die klingen mut rein reparatur kids bräuchten wir auch wieder ne ich habe neun auch für eins oh ja kannst mir drei geben das wäre das wäre wirklich sehr nett dankeschön und ein gläschen honig bedenzen habe ich schon hier habe ich schon also kann ich gleich weg sortieren also honig finden wir diesmal ja viel ja mittlerweile aber wir sind auch nicht mehr so oft infiziert wie am anfang was ist denn da los das klingt ja fürchterlich beton was haben wir hier noch alles drinnen beton stein auch so das ist einmal zum aufwerten pflastersteine habe ich ja auch noch drüben ne gar nicht jasmina ich wollte doch im keller also in einer der werkbänke hier ist wieder ein hähnchen in deine stachel fallen gelaufen ja alles gut ein bisschen widerlich aber ich jetzt kranke oder was online macht doch nicht den jasmin damit krank und so ach der ist hier drinnen das ist ja was hier gemütlich mein freund wir wollen hier ein bisschen noch bauen jetzt kommt die nachtphase das heißt ich baue und mache erstmal hier blutmund fertig ja ne gut dann mache ich erstmal platz im inventar packe da einen haufen rahmen formel rein so wie haben wir uns das denn drüben gedacht drüben sind wir da eckig ganz aus ja ich habe jetzt gar kein beton in der tasche sehr gut so dann gehen wir erstmal auf baufirmen besu baublöcke ja 100 können wir machen ne ziehen wir einmal hier oben die kante durch hier haben wir gesagt gehen wir gerade und da kommt der von drüben und dann nochmal hier so und wir gehen wir können hier noch die ecke machen ja das war schon brutal ne schweißtreibend ey ja da ist es stimmt wohl so hier kann ja eigentlich den kilo leichter jetzt dann komme ich an der ecke nicht mehr an ach ja 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 wie gehen wir hier am besten vor müssen wir erstmal beton und somit einstecken schweißtreibend ey ähh Ich will ja den da gar nicht mehr haben. Der sollte sich nun zutrehen. Oh, die will mich doch verarschen, ey. Nee, ist bei mir. Ja, trotzdem will die mich verarschen. Da war es doch eben. Da war es schon wieder. So, ne? Ja, lauf mal in die Falle. Wo ist die denn? Da. Du Miststück, komm mal her, hier. Die sind jetzt hier bei mir am... Die kommen die Treppe hoch. Oh, das funktioniert aber... ...sehr gut. Die machen nichts kaputt bis jetzt. Bei mir laufen die alle in die Pfeilen. Die sind ein bisschen doof, ey. Da laufst du auch noch mal rein. Oh, das sind aber viele, ne? Jetzt laufen die alle zum Tier rüber. Was ist denn da los? Oh, die geben mir auch schon den Sack, ey. Was wollen die hier? Oh, den dicken haben wir. Jetzt habe ich noch eine bei mir, eine Basis. Hattest du mir jetzt eigentlich dieses Strahlen-Ding gegeben? Äh, nee, ist unten in der Kiste. Ich dachte, du hast mir einen gegeben. Nee. Alter, wo haben die sich hier gerade aufgesch... Soll ich zu dir rüberkommen? Oh, ey. Mir geht das auf den Sack, dass meine ganze Munition weggeht. Okay. Oh Gott, Jasmin, was für eine Runde. Ey, die machen unten schon wieder alles kaputt. Was für ein Tag, ne? Ja, ey. So. Ich würde sagen, mit der ganzen Aufregung beenden wir die Folge für heute. Ja. Morgen wird wieder... Oh. Wir beenden gleich. Wo ist die denn? Oh. Ach, das ist doch so nervig. Leck mich doch am Arsch. Weißt du was? Ich nehme jetzt den Boden. Ich nehme das Pfeile. Dann haben wir noch ein bisschen Munition beim Blutmond. Ach, scheiß drauf. Das gehen wir sowieso wieder. Ich würde sagen, dass wir hier unten... Äh... Ich würde unten alles voll machen mit Stachelfeilen. Die klettern da hoch. So, mit der Aufregung beenden wir aber die Folge für heute. Morgen wird hoffentlich ein wenig ruhiger beim Bauen. Vielleicht werden wir da auch wieder sehr gestresst. Munition werden wir wahrscheinlich nicht viel haben. Nächsten Blutmond. Wird knapp auf jeden Fall. Oh Gott, das wird eine richtig knappe Kiste. Ja. Ja gut, wir gucken mal, was wir noch draus machen können. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Das ist ein, macht's gut. Ciao.